Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mike. Ich habe jetzt einiges an Holzkohle noch mal produziert. Ich bin gerade dabei einiges an Stone noch mal nachzuproduzieren. Und damit sollten wir das dann da draußen auch so ziemlich fertig haben. Ich habe auch hier noch mal ein Stack Stone drin. Was sagt mein Inventar? Ich mache das noch mal raus. Crate. Kann ich mir das leisten? Da sind irgendwelche random Planks. Da sind so eine wooden Casing. Achja. Die Dark Oakwood Planks, die akzeptiert er ja aus irgendeinem Grund nicht. So. Das ist das. Crate. Machen wir uns da gleich mal ein paar von. Eine werde ich draußen brauchen. Hier noch mal ein bisschen Cobblestone reinhauen. Ich werde zwar jetzt erstmal nicht so, so viel Stone dafür brauchen, denke ich mal. Aber dann hat man es, wenn man es das nächste Mal braucht. Und es ist dunkel. Das heißt, ich habe geschlafen. Draußen sind gerade einige Gegner. Einer. Arrow und der Bogen. Wo ist der Cree Creeper? Ach, der ist hinterm Haus. Und da hinten ist einer. Der ist tot. Wo schießt jemand? Da hinten. Ja, versteck dich hinter dem scheiß Baum. Der hat einen verzauberten Bogen. Auah. Auah. Na, und da hat man immer noch nichts wesentlich weiter gegessen. Äh, das wollte ich nicht machen. Also es ist der Creeper ist da hinten immer noch. Dem wollte ich jetzt noch killen, bevor der mich von hinten überrascht. Danke. Jetzt kann ich mich den wesentlichen Dingen widmen. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. So. Und zwar eins, zwei, drei. Das. Und da die Decke drauf ziehen. So, das Summe ist, ich brauche hier jetzt Fackeln und ich habe meine Fackeln, glaube ich, abgelegt. Ja. Ich brauche hier draußen vielleicht nochmal, äh, ein Grid fürs Netzwerk. Aber das wäre Overkill. Aber, ne. Ja, doch. Ich nehme jetzt erstmal hier Torsches. Werd dann aber gleich auch was anderes da reinsetzen müssen. Das. 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 Reicht. So. Das. Was ich schon längst hätte machen können. Das erstmal weg. Ähm. Ich brauche eine Lamp. Das sollte sich einrichten lassen. Das. Und das. Gibt mir eine Lampe. Hatte ich mir jetzt Lever gemacht? Ja. Hatte ich. Brauche ich auch einen. Nein. Den brauche ich nicht mehr. Ich brauche noch einen Lever. Und. Das. Das. Ich brauche meinen Drop of Evil. Die Crate kommt hier. Äh. Du nicht. Die Crate kommt hier hin. Dann brauche ich dann noch ein Servo. Ich mache hier mal die Working Area aus. Das nervt. Ah. Ah. Die Lampe. Ähm. Ähm. Jetzt muss ich erstmal hochkommen. So. Die Mitte war jetzt hier. Ne. Ne. Da. die Leather. Die. 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 Und dann. Die. 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 Ich hätte keinen Servo mehr. Servo! Warte nochmal zwei Reserve. So, du da hin und ignore Redstone. Warte hier noch ein Lever. Ich muss dem sagen, active on Redstone Signal. Im Moment ist der aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Cursed Earth verteile. Die Lampe ist an. Fackeln weg. Zumachen. Wenn ich jetzt die Lampe ausmache, dann sollten wir ganz viele Gegner spawnen. Ja, ganz viele und auch Gegner, die stärker sind als normal. Jetzt habe ich keine Kohle. Ein Nied zum Charcoal. Habe ich mir nochmal ein halbes Deck. Das ist ein bisschen Overkill. Aber der Generator ist sowieso nicht der effektivste. So, der tötet die jetzt alle da drin. Allerdings fürchte ich, dass... Ich habe noch ein Servo vergessen. Und ich muss mir was zu essen holen. Das regt mich jetzt gerade auf. Dann nehme ich jetzt einfach die Tomaten. Das ist mir gerade scheißegal. Oh... Mal. 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 Eine Sesh kann ich mir nehmen. Mana Tablet. Sesh anlegen, ich wollte mir ein Servo holen. So, wenn ich hier jetzt reingucke, na, der scheint doch relativ hinterher zu kommen. Aber nicht so wirklich. Und ich brauche den Servo genau da. Hören wir an. Damit hier dann die Sludge gesammelt wird im Tank. Nicht Sludge, die Mob Essence. Die wird hier erstmal weitergeleitet in den Mob Duplicator. Ich werde hier übrigens auch eine kleine Änderung noch anbauen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Servo Harden. Alle zwei Sekunden, alle eine Sekunde. Der Harden-Servo dürfte ausweichen. Dann dürfen wir auf jeden Fall schnell genug die Items da rausziehen. Ja, der, der, der füllt sich. Das ist doof. So. Aber doch nicht. Echt nicht? So, jetzt. Reinforced. Brauch Elektrum. Signalum wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, dass wir ein bisschen, dass wir wirklich ein bisschen overpowered. Ehhhhh. Nochmal den Forrest Scheiß drauf. Komm her. Wieder rein. Ja, das dürfte hier schnell genug gehen, wie es aussieht. Gut, hier sammeln sich jetzt ganz viele Mob Drops an. Ich habe auch schon zwei Ender Perlen. Das ist gut. Wohnmild ist auch dabei. Aber weswegen ich das hauptsächlich mache? Nicht unbedingt wegen den Drops, sondern hauptsächlich wegen der Essenz. Was flackert hier eigentlich die ganze Zeit auf? Und, ähm, mit der Mob Essenz kann ich mir dann, ja, Gegner spawnen lassen über den Mob Duplicator. So. Da ich jetzt aber auch schon eine Ender Perle gekriegt habe, die ich mir da rausholen kann, werde ich daraus was machen. Und zwar, ich hoffe ich habe erst die Ressourcen für. Ich habe das jetzt gar nicht groß abgecheckt. So. 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 Obwohl, da ist noch einiges an Power drin. Ich bin am überlegen, mache ich jetzt den Builder? Ne, erstmal brauche ich was anderes. Fractioning Still. Nickel Gear. Was? Ich habe meine Ressourcen hier noch drin. So, das, 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 das kann weg, die können weg, das, das. Sowieso jetzt mal Inventar wieder ein bisschen cleanen. So, draußen, wo ich eine Spinne ist, ist aber Daytime. So, jetzt nochmal Nickel Gear brauche ich zweimal. Und das Wasser ist auch mit meinem Nickel? Habe ich damit jetzt gerade mein gesamtes Nickel-Verbrauch? Konstant. Konstant. Was ist konstant? Das kenne ich ja gar nicht. Konstant kriege ich durch Nickel und Kupfer. Habe ich echt keinen Nickel mehr? Alter, was ist? Was ist hier jetzt kaputt? Nickel ist doch nicht so selten gewesen, oder doch? Dann kann ich das nur einmal machen. Ich muss mal gucken, ob ich das Nickel jetzt wieder einschmelzen kann. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Doch, ich kann es einschmelzen. Halt, 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 halt. Den Servo ausmachen. Und Kupfer brauche ich. Äh, heh, 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 da. Kupfer rein, das geht ja schnell. Dann kriege ich da Konstant raus. Dann kann ich mir jetzt tatsächlich nur eine Fraction links... Nein. Ich hoffe, ich kriege da jetzt... Acht Barren raus. Ja, acht Barren, gut. Dann kann ich das machen. Dann geht das. Das ist schön. Ich will das mal ein bisschen anders hinsetzen. Power... Ja, füllt sich langsam. Pieps. Es ist 3 Uhr. 7. 8. Übrigens nicht 3 Uhr nachmittags. So. Das, 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 das. Konstant Gier. Dann brauche ich das. Dann brauche ich auf jeden Fall die Keule. Eine Fractioning Still. Die Tür ist auf. Geht zu. Dazu brauche ich noch einen... Pulverizer. Obwohl, ne, bevor ich mir da jetzt noch einen baue und mir die Ressourcen verhaue, nehme ich mir einfach den. Dann habe ich hier oben halt keinen mehr. So, und was habe ich damit vor? Wo mache ich denn das? Ich mache das einfach mal hier hin. Da. Einfach mal so mitten rein. Dann legen wir hier. Dann nehme ich unterm Boden das Kabel lang. Ja, das ist teilweise der Nachteil an diesem Sash mit diesem Step-up-Assist, dass ich hier einfach hochlaufe, wenn ich nur langlaufen will. Fluxdukte, das weg, das weg. Cover Stone. Da, da, da. Ah, ja, genau das. Wegen dem Step-up-Assist. Habe ich hier so einen Scheiß gemacht. Dann coveren wir das hier einfach ab. Das war doof. Lucy, sei ruhig da hinten. So. Du und du. Aber hier können wir es nämlich auch da ein Cover machen. Das geht in den Boden rein. Man sieht aber nicht das Hässliche da drunter. Und dann funktioniert das. So, jetzt können wir hier einen Pulverizer hinstellen. Wir können hier eine Fractioning Still hinstellen. Konfigurieren die so, dass da Input ist. Und sagen wir mal, oben Output. Und du hast oben Input und rechts Output. Dann muss ich mir nochmal einen Hopper machen. Hopp, hab ich nicht. War klar. Ich weiß nicht, ob jetzt schon mal jemand eine Ahnung hat, was das wird. Aber das wird eine Spritproduktion. Ein etwas anderer Kraftstoff. Und zwar... Kohle. Du da. Dann ein Stack da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf da rein. Dann hatte ich noch einen leeren Tank. Wen ich da draufstellen kann. Und im Prinzip... Was? Warte mal. Das war doch so. Ach nee. So. Das ist ein Output. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt bin ich irritiert. Fehlt mir da eine Maschine? Magma... Magma Crucible. Also gut. Das aufreißen. Da noch eine Leitung legen. Dann... Kommst du da hin. Du bleibst, so wie du eingestellt bist. Du kannst hier weiterarbeiten. Und ich muss gucken, dass ich ein Magma Crucible nochmal kriege. Oder ich klau mir einfach den von da oben. Klau. So. Links Input. Rechts Output. Der macht daraus nämlich Liquor-Fracted-Coal. Und der macht daraus, wenn er genug Liquor-Fracted-Coal hat. Da fängt der jetzt schon an. Der macht daraus Napsa. Das hab ich natürlich. Den vergessen. Und da kriegen wir den bei Tar auch noch raus. Tar kann man einfach verbrennen. Im Ofen. In, äh... Ach, Crusher und Oil kann man daraus auch machen. Schöne Sache. Kann man im Steam-Dynamo verbrennen. Oder in eigentlich allem, was auch Kohle verbrennen kann. Das ist hier mit Fuel gemeint. Könnte ich dann zum Beispiel hier in die Steam-Dynamos reinhauen. Brennt nicht besonders lange, aber es brennt. Und jetzt, wo ich das am Laufen habe, kann ich tatsächlich, ähm, anfangen, den Bilder zu machen. Ähm, warte mal, da hatte ich doch die Bricks, hab ich die schon rausgeholt? Nein, sieben. Äh, ich hatte hier noch Bricks. Wow, 16, genau. Das brauche ich, glaube ich, für den Bilder. Da fehlt mir jetzt der Machine-Frame. Was fehlte mir dafür? Gold Nuggets. Also, Machine-Frame und Bilder. Was machen wir mit dem Bilder? Das... Ja... Damit hat jetzt einer meiner Stammzuschauer schon seine Antwort. Denn, wenn wir mal hier gucken... Shape Card Query. Von RF Tools. Das heißt, ich brauche eine Diamant-Spitzhacke. Ich brauche eine Diamant-Schaufel. Ich... Ich... Müsste dann eigentlich alles... Außer die Shape Card selber, haben. Was war das jetzt? Bricks. Also was... Ich mache jetzt nochmal die Hälfte davon zu Bricks. Nur um Bricks zu haben. Zwei davon brauche ich. So... Shape Card... Dann haben wir den Shape Card Query. Ich hätte aber lieber den... Clearing? Clearing Fortune. Braucht man einen Fortune Query für? Dimensional Shards habe ich nicht. Also machen wir nur einen Clearing Query. Ich brauche lediglich etwas Glas. Apropos Glas. Ich wollte doch hier Fenster reinhauen. Habe ich immer noch nicht gemacht. So... Jetzt haben wir das und das. Dann... Das ist recht wachsinnig die jetzt mitzunehmen, weil ich kein Wasser da drüben habe. Obwohl, Wasser brauche ich da sowieso. Das heißt, ich brauche noch ein... Acquiers Accumulator. Eisenzahnräder. Device Frame. So... Ähm... Habe ich mir nicht gerade den Device Frame gemacht? Ne. So... Jetzt fehlt mir ein Glas. Wir haben noch nicht mal mehr Sand. Ich habe meine Schaufel weggetan. Also gehen wir Sand holen. Oh, hallo du. Du hast eine Rüstung an. Hey. Das ist cool, dass ihr euch jetzt gegenseitig fertig macht. Ich mag das. So... Bisschen Sand. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich hätte einfach Cumberstone in den Pulverizer oben schmeißen können. Und da wird auch gleich Sand draus. Also was? Stack. Ich sollte die Tür zu machen. Ist glaube ich recht sinnvoll. So, ich kann doch hier einfach ein Stack Capstone reinmachen. Der macht daraus... Glas und... Äh... Sand und dann wird daraus Glas. Währenddessen kannst du mir hier... Und du mir hier Sand... Äh... Glas machen. Du... Ah, ich habe ein bisschen mehr. Wie viel habe ich denn hier? Ich brauche hier nur einen. So. Akku ist Accumulator. Fluiduct. Normales Fluiduct. So. Dynamo. Was haben wir denn für welche? Welchen wollte ich? Algorithmatic... Was nicht? Algorithmatic... Compression... Müsste es gewesen sein. Compression... Brauch ein Zinnzahnrad. Und... Eine Keule... Und dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Was sagt eigentlich hier das Ding? Nein. Der hat immer eine Power. Ich nehme hier mal seine Kohle raus. Der... Scheint nicht viel zu verbrauchen. Der Tank... Der ist bald voll. Hat hier ordentlich was produziert. Enderperlen? Neun. So... Dann geht es hier hin. Das war eine Kuh. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre ein Gegner. So... Stelle ich mir den Query einfach mal... Äh... Da. Den Query einfach mal dahin. Na, das ist der Accumulator. Den Query dahin. ShapeCard. Wie mache ich den denn? Machen wir da mal 100... Mal... 100... Und... Auf welcher Höhe sind wir hier? Wir sind auf Höhe 273... Ne... Auf Höhe 96... Also mache ich da eine Höhe von... 95... Installiert... Anzeigen... Ist jetzt natürlich jetzt... Nicht so toll, dass er es überirdisch macht. Und auch nicht mitten im Dingens. Sondern ich sage jetzt, er soll an der... Oberen... Dingens Ecke sein. Dann macht er hier da... Die Area. Das ist sehr schön, dass er die Area macht. Das soll er machen. Den Dynamo... Die Pflanze ist da am besten direkt dran. Das heißt hier ein Accumulator. Dann brauche ich noch Wasser. Da und da. Und dann natürlich... Den Sprit. Dann will ich gerade mal fast sagen... Hör mal auf damit. Also... Hör mal auf da zu exporten. Äh... Ja... Dann musst du dich jetzt erstmal leer machen. Das ist klar. Ähm... Bucket. Zwei Stück. Ich hätte doch mal drei. Habe ich ein Bucket irgendwo zum Craften benutzt? Hat der Accumulator ein Bucket gebraucht? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht, mit was für anderen Kraftstoffen... Ich... Den Dynamo betreiben könnte. Kann man sich das hier irgendwo anzeigen lassen? Da. Biofuel... Haben wir nicht. Napthal... Produzieren wir gerade. Crystalized Oil... Kenne ich nicht. Ethanol... Äh... Empowered Oil. Crude Oil. Crude Oil. Crude Oil ist das, was ich jetzt eigentlich noch produzieren wollte. Äh... Biogas. Biodiesel. Tree Oil. Und Crude Oil. Was hatte ich da nochmal? War das im... Magma Crucible? Den habe ich gerade... Benutzung, um das andere Ding zu machen. Ich hätte mir tatsächlich noch mindestens einen zweiten Magma Crucible machen sollen. Oh! Keine Power? Tatsache! Keine Power! Äh... Dann geben wir die... Erstmal Power... Power... Die hauen hier halt auch eine ganze Menge Power jetzt weg, wenn die Dinger arbeiten. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt auf, äh... Die Art von Energieproduktion umsteigen wollte. Weil eben, äh... Warte mal, ich kann doch hier auch... Kann ich nicht. Ich... Ich dachte, ich könnte hier... Auch... Das... Lick Refracted Coal... Rausholen. Da muss ich warten, bis es aufgebraucht ist. Da muss ich tatsächlich warten. Ich kann euch ja mal sagen, ihr sollt das, ey... Äh... Nur laufen, wenn ein Signal an ist. Dann lauft ihr jetzt nicht. Ja gut, dann werde ich hier den Part jetzt beenden. Ich werde dann einfach nur... Oder ich zeige euch das dann, äh... Im nächsten Part. Ich... Äh... Werd dann... Das hier... Wieder in den, äh... Dings reinlaufen lassen. Ich habe jetzt keinen leeren Tank mehr. Ich habe noch einen Wassertank. Wie viel Wasser ist denn da drin? Ist das ein Bucket? Ja, genau. Ein Bucket. So. Da ist der Tank leer. Ja, dann werde ich, äh... Das Zeug... Wieder in die, äh... Fractioning Steel reinlaufen lassen. Deswegen wollte ich eigentlich zwei haben. Damit das von der einen in die andere Steel rein geht. Aber das geht jetzt so und nicht, weil ich nur eine habe. Das heißt, es dauert länger. Und daraus wird dann eben das Crude Oil und damit... Wird daraus Crude Oil? Ne, daraus wird, glaube ich, kein... Äh... Näpfer. Was... Kann man daraus machen? In der Fraktion liegen still. Ach! Refined Fuel macht man daraus. Und Sulfur kriegt man daraus. Dieses Sulfur. Äh... Usage. Gunpowder. Oder Pyrotheum. Was auch eine coole Sache ist. Pyrotheum. Oder noch mehr Gunpowder. Oder hier irgendwelche komischen Industrial Craft Ensemble Expansion. Capacitor. Okay. Wenn man es will, muss man aber nicht. Ja gut. Egal. Wir sind hier schon bei 39 Minuten. Dann lasse ich das erstmal laufen. Äh... Die Tür ist immer noch... Oder schon wieder auf. Das ist Nacht. Achja. Ich hab ein Advancement. Bilder. Dann... Nehmen wir den Query. Morgen in... Also... In der nächsten Folge in Betrieb. Das werde ich jetzt aber auch nicht mehr machen. Ich werde jetzt meine Aufnahmesession hier beenden. Und mal gucken, ob ich morgen oder übermorgen weiter aufnehme. Ich sag erstmal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und... Tschüss. So, und hier habt ihr jetzt eine Endcard, wo ihr oben den vorherigen Part anklicken könnt und sofern verfügbar auch den nächsten. Darunter könnt ihr links die Playlist anklicken und rechts kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst.